hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen hol und zwar ich war in polen mit meiner mutter jetzt wollte ich euch gerne mal zeigen was ich gekauft habe zwei flaschen von dem getränk mit kiwi dann habe ich zehn flaschen von wasser mit geschmack mit milone mitgenommen dann habe ich kommen noch ein paar mehr irgendwie burns das ist so multi dann habe ich einmal mit mango wasser mit geschmack zum probieren mitgenommen eine mit kiwiapfel und banane dann ist hier noch einmal irgendwie burns diese habe ich noch mitgenommen dann habe ich mir das ist meine katze little ja hör auf komm runter dann habe ich gekauft so eine feuchten tücher die nehme ich für unterwegs falls ich mal meine hände absuchen will dann ein weg sprüher habe ich mitgenommen dann zweimal von den äh äh nein ariel war das hier ariel mit mango und das hier ist er weg so eine zwei so eine nachfülle dann für den neuen sprühe habe ich zwei mitgenommen die sollen so blumig dann habe ich zweimal von den duftstäbchen die kauf die kauf ich öfters die sind gut alles habe ich im betrunken dann einmal so eine feuchten tücher dann einmal eine maske mit so einem schaf dann eine normale maske dann eine mit dem fuchs habe ich gekauft dann habe ich einmal ein Peeling gekauft, das ist so peelingartig für den Körper mit Kiwi und Litschi einmal eine Fahrduschgel, einmal Müllbeutel neu, einmal eine Fruchtdienst, Haarkur dann habe ich noch eine Schafsmaske mitgenommen, eine mit so Blühenduft, eine Kokosmaske dann habe ich das noch zum Testen mitgenommen dann habe ich noch eine mit zum Einholen ein Duschgel, nach Erdbeer riecht das dann habe ich noch eine von der Frut Reihe, das sind Body Lotion, habe ich einmal mit D, dann habe ich einmal D, da habe ich ja schon dann habe ich einmal noch die mitgenommen dieses Peeling dann einmal dieses Body Lotion einmal von Nivea, diese Sorte und die mit Himbeer, also Blaubeere und Himbeer und einmal dieses und dann habe ich mir noch zwei Parfüms mitgenommen einmal das und einmal das und als Probe habe ich das bekommen das war mein Polen Haul und ich hoffe, euch hat es sehr gefallen ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo es kostet euch kein Geld ich verpasst auch keine Videos mehr, wenn ihr die Glocke dann aktiviert ja ich bedanke mich recht herzlich bis zum nächsten Mal Tschüssi und Vielen Dank.